Diese Zeit, ich will nicht mehr flüttet. Es ist voll heiss da, ich schwitze meinen Körper drauf. Ich bin da nur im Trikot, fast nackt. Ich habe nicht mal Wasser, ich muss Sand trinken. Ich bin voll im Stress, ich muss dringend am Flughafen gehen. Es ist eine riesige Party dort, eine Jelusli-Party. Um ins Club zu kommen, brauchst du eine Begleitung. Und für die Begleitung habe ich gerade drei Frauen geheiratet. Zwei noch für mein Kollege. Oh, Dromedari. Oh, ich sehe da ein paar Kamel und ein paar Beduiner. Und sie schauen mir schräg an, weil sie wissen gar nicht, was ich mache. Da fast nackt. Einer hat mir gefragt, ob du einen Kamel kaufen willst. Und ich habe gesagt, gibst du mir einen Kamel, wie viel willst du? Er so, wenn du 330,8 Dollar jetzt zahlen kannst, kannst du mitnehmen. Wenn du mir jetzt zahlst, kannst du mitnehmen. Dann ich so. Oh, Dionien. Dionien. Cien Dionien. Yalla. 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 Gehen wir ums Zürich. Was ist das? Oh, eine Wunderlampe. Oh, ich reibe gerade ein wenig. Vielleicht kommt der Genie und rettet mich vom Ganzen. Was wünschst du dir? Oh, Genie. Hol mich da raus vom ganzen Scheissdrehen. Ich will zur Retour. Oh, Vater Morgana. Was ist das im Himmel? Ist es ein Adler? Ist es ein fliegender Teppich? Oh, es ist DJ Antoine. Oh, DJ. Antoine. Oh, Antoine. Was ist los? Hey, nein. Er geht einfach mit den drei Frauen und nimmt mich nicht mit. Nur sie. Antoine. Wo gehst du her? Bitte. Oh, ich reibe nochmal. Vielleicht kommt nochmal ein Wunsch raus. Du hast genau noch einen Wunsch, Frey. Ich wünsche mir das einmal. Aber nur einmal. Die Leute jealously sind auf mich. Sorry, was hast du eigentlich das Gefühl? Es geht wirklich nicht. Ah, egal. Wer braucht dich schon? Ich mache meine eigene Party. This time. Me just me fluit. Me drollet. Oh, oh. This time. Oh, oh, oh. Tschüss zusammen. Oder Tschüss zusammen. Aufs Wiedersehen. Aufs Wiedersehen. Aufs Wiedersehen. Schaut.